Hallo Leute, weiter geht's mit Genshin Impact. Bin jetzt mal auf dem Weg zu dem Tempel, wo wir hin sollen. Mit dem hab ich ja gar nicht gerichtet. Keine Beute, ok. Na guck mal, der hat so einen Bogen gedroppt. Also so ein Pfeil. Können wir vielleicht den Bogen aufwerten. Schuldeneintreiber. Da fehlt uns das. Können wir auch beim Andenkenladen kaufen. Das wäre vielleicht interessant, aber wir brauchen immer noch Level 15. Heute von Geo, Drachenechsen. So, wir wollten doch zu dem Tempel. Jetzt habe ich hier schon in fast 2 Minuten mit dem Amops verschwendet. Hey. Was ich da so eine Stelle kriege, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ja, 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 ja. Okay, die teilen hier richtig gut aus. Das muss ich sagen. Okay. 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 Guck mal, er war doch der, der ein bisschen weniger Ausdauer verbrennt. Guck mal, er war doch der, ein bisschen weniger Ausdauer verbrennt. Guck mal. 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 Das war's. Oh, fährt er doch da hoch? Oder was ist jetzt dein Problem? Wird das nicht? Dann machen wir's halt so. Ah, wir haben bottled Level Up, dann sind wir am Teuer 12. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, hier ist jetzt so ein Luftstoß. Wir holen uns aber erstmal die Kiste. Level 12. Das gefällt mir. Da oben müssen wir hin. Und so, bewegt sich alleine. Das war's. Oh. Das war's. Das war's. Hier hin. Wer ist immun? Dann machen wir erstmal den Schamanen da hinten weg. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ein Boss. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, doch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nobody was ever proclaimed Persona Grata by the Fatui anyway. Die Fatui? Die Diplomatik Delegation von Schneznaia? Was haben sie gegen Master Deeluk? Die Fatui sind ein Problem nicht nur für die Knights, sie auch eine reale Gefahr für den ganzen Mondstadt. Und wenn es um Gefahr gegen Mondstadt ist, Deeluk ist... Das ist genug, Gene. Sie Knights sind zu viele Restriktionen. Sie können nicht direkt den sogenannten Diplomatik-Skumpen. Persönlich? Ich liebe sie. Wenn ich wähle, zwischen einem Cryo-Slime zu essen oder der Fatui zu sein, würde ich lieber, zu sterben durch ein Meteorite zu werden. Okay. Wir haben jetzt drei Drehen zusammen. Jetzt müssen wir da drüben hin. Nein! Wir warten. Es muss die Ausdauer... So, hier vorne sollen wir hinkommen. So, hier vorne sollen wir hinkommen. Oh. Die Farbe dieser Crystall sieht... Dvalin. Sie müssen... Sie müssen... Lass uns diese Crystall zu purieren. Bitte, Traveller. Es ist schwer zu glauben, dass so etwas wie möglich ist, bis Sie es gesehen haben. Interessant. Es ist wie ein Filtern Wein. Das Prozess... Ich denke, wir müssen jetzt genug Tears haben. So, jetzt wir... ... ... ... ... ... ... wir müssen... was ist denn das? okay... äh... passt doch, wir haben da vorne einen Teleporter. langsam gefallen mir die Teleporter richtig. müssen dort oben hin so, wie kommen wir denn am geschicktesten hoch aber am einfachsten ist es hier die wand hoch zu kraxeln ja, hier die wand hoch na, das klappt nicht bisschen zu steil gehen wir doch mal bisschen außen rum hier kann es klappen mal gucken wir mal in der kiste ah, wir kommen der Sache näher hier drüben sollten wir das rechtliche hochklittern können ich will gerade mal mit euch nicht kämpfen ah, es könnte vielleicht fast schon zu steil sein das ist gut hier drüben hier drüben Lampenkraut habe ich auch irgendwo mal gelesen. Ah, wir kommen der Küste, oder sagen wir mal der Klippe immer näher, wo wir hin müssen. Machen wir die Folge heute mal ein bisschen länger. Ich will das noch erleben mit dem Drachen da oben. Ah, wir sind da. Wunderbar. Alle sind endlich hier. Was für Sie! Schön, für eine fadigende Reunion, ist es? Wir müssen uns bereit sein. Wunderschön. 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 Sollte. Das war's noch nicht. Wir verstehen, Herr D. Luke. Wir verstehen, Herr D. Luke. Allein, bitte seitlich. Ich, die bester Wegbewerbung von der Welt, werde mit dem Schiffen werden beginnen mit dem Schiffen Liar. All right, Jeff. Du hast, was er getan hat, kann nicht nicht getan werden. Dann warum ich meine Schmerz in deine Augen sehe? Schmerz, die spricht von deinem Begegnung für diese Song. Wir kommunizieren. Huh? Nein! Don't du fern! Du bist nicht von ihm, lief Drangon. Er hat dich lieb. Der Rat, allein! Jetzt, er hat ihn versucht, dich wieder einmal zu beschweren. Arbitos! Lass deine Ratten sterben! Mondstadt hat bereits zurückgezogen auf dich! Du... Du hast das alles gemacht, Happy Slayer! Du... 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 Du.... Du... 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 Schnell... Du... Sei aus meiner true Identität für einigen Zeitpunkt, haben Sie, Nein? Doch ich danke dir, dass ich den Namen Venti benutze. Wie ist das Heilige Lüge? Kann es noch spielen, oder muss es nicht repariert werden? Unfortunately, ich denke, dass es außerhalb des Repairs ist. Du bist richtig. Wenn wir nicht gegen das Schlimm, dann können wir Dvalin nicht mehr schützen. In welchem Fall werde ich den Outrider Amber beurteilen. Kein Problem. Warum ist das? Ich habe einen nicht lange vor, in einem von den Tempeln von Four Winds. Was? Wenn? Wenn Sie diese Monster beurteilen, dann will ich meine Antwort für meine Kontakte. Ich habe andere Möglichkeiten für den Job gemacht. Oh, Deluk. Obwohl er nicht mag die Knights of Favonius, er schützt Mondstadt in seiner eigenen Weise. Oh? Warum ist unsere kleine Piemann so dumm, all of a sudden? Hm. Warte für meine Worte. Ich werde sicher, dass die Abyss Order wissen, dass der Blatant Disregard von Mondstadt... ...will NOT go unpuniert. Wenn dein Geist murmelt wird, wenn dein Land zurück ist. Wöhe. Ist das nicht der Bruder? BIOI Wir können noch nicht weitermachen, weil wir noch nicht Level 18 sind. Aufträge hätten wir noch ein paar. Na gut. Wird man jetzt behaupten, dass wir die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.